Nur mit Schaltern öffnen. Wahnsinn! Und dann... und dann mal los. Dann geh mal zum Arzt mit deiner... Oder hol dir mal ein Medikament dagegen. Das ist ja unfassbar. Mein Charme. Die Attacken meiner Pokémon werden die Schocken. Ach, ernsthaft. Ach, scheiße. Das Pokémon hat ich... Ja, ich hab das nicht auf... Ihhh, der hat schon wieder... Oh, das kann die gar nicht mit ansehen. Oh, ihhh, bah. Oh, der hat schon wieder ein gebrochenes Bein. Die war immer noch nicht bei einem Arzt. Das ist ja ekelhaft. Obwohl, das ist bestimmt eine ihrer tausend Schwestern einfach. Eine Herausforderung von Kämpferin Bärbel. Bärbel Schäfer oder was? Medi-Tea? Das ist doch kein Elektro-Pokémon. Das geht. Naja. Sei es doch. Sicherer! Obwohl, es ist irgendwie effektiv, oder? Na gut, das ist normaleffektiv. Und gewonnen hättet. Machen wir schon wieder Sorgen, dass das Mikro zu nah dran ist. Ich weiß nicht. Okay. Bei der ist dann eine neue Aufnahme-Session. Mediti. Schon wieder ein Mediti? Alter, was geht's? Wieso schocken? Das sind keine Elektro-Pokumon, was... Hä? What the fuck? Warum? Bärbel Schäfer. Du musst mir aber einiges erklären, ne? Das ist ja unfassbar. Ist das dein Ernst? Alter... Schon wieder gewandelt. Yay! 331. 25. Hey. Super. Genesung. Ob das... Ich weiß es nicht. Ich würde mir das mal durchlesen. Maximal KPIs anbinden. Es wird bis zur Hälfte aufgefüllt. Ah, bis zur Hälfte. Wenn es ganz aufgefüllt wäre, hätte ich es genommen. Aber sonst... Ah. Ne, lass ich... Ich lass es. Na, Bärbel Schäfer, Alter, lass mal dein Bein schieben, Alter, ganz ehrlich. Das sieht so ekelhaft aus, einfach. Boah. Oh, ich hab' nicht vorgelesen. Oh, ich hab' nicht vorgelesen. Wollte ich nicht. that... Tach. Die Spannung meiner Seele ... ... ... ... Setzt alle deine Träume unter Strom. Ja. Naja. Was hat der eigentlich für eine Frisur, Alter? Ganz ehrlich. Sieht so komisch aus. Der hat bestimmt auch in der Steckdose gelutscht. Volley. Im Kartensprite sieht der... Sie nähen die Haare viel länger aus, als der die jetzt hat. Ich weiß nicht. Hat er sich in den Sekunden des Bilderwechsels die Haare geschnitten? Der ist gar nicht. Eine Herausforderung von Gitarrist Chuck Norris. Fritzebiz wird von Gitarrist Chuck Norris in den Kampf geschickt. Normalerweise müsste er ja gewinnen, weil er Chuck Norris heißt. Da werde ich schon schwieriger haben, einfach. Schon wieder vergessen, die Pokémon zu wechseln. Blöd. Mal Level 17. Ja, das geht ja. Aber das wird ja nichts bringen. Aber der hat ja sowieso noch keine starke Attacke. Ähm... Ich mag es so. Ja, greife ich noch 10 mal nochmal an. Nee, ganz ehrlich. Wow, das bringt ja sehr viel. Nee, ist unfassbar. Das lobt man ja nicht. Was willst du denn mit dem scheiß Silberblick, Alter? Was geht? Naturkraft. Hör doch mal auf, Silberblick zu spammen. Das ist doch ekelhaft. Was soll denn das? Sternenschau. Oh, das bringt mich schon mehr. Sternenschauer. Da sieht er nur Sterne. Ahaha. So. 188 EP. 180 EP. Voltoball. Sorry. Nee, ich wüsste nicht jetzt. So, halt. Ihr lasst ja trainieren. Mit euch Lappen. Na gut, Jack Newell sollte eigentlich kein Lappen sein. Der sollte eigentlich schon ein bisschen stärker sein. Alter. Der mindert nur die, äh, die Verteidigung, Alter. Das geht. Na komm. Oh, ein bisschen schleugen hier. So. Oh, sogar Voltreide. Super. Na, 375 EP. Oh, das ist gut. Wow, ich hab Jack Norris besiegt, Alter. Ich bin so ein Bro, ey. Ganz ehrlich. Ich bin so ein Tausendsasser einfach. Da wurde der Sturmkreis geschlossen bis zum, uns bis zum Kurzschluss belastet. Jupp. 544. Weil ich immer mein Pokémon noch kurz aufladen gehen. Ha, aufladen. Elektro-Arena. Ah, ah, ah. Oh Mann. Naja. Geht ja meistens immer ganz schnell. Halt. Tag. Diese Arena stellt dir eine Knobelaufgabe. Stellt dir eine Knobelaufgabe. Ist das nicht lustig? Ja, ich lach mich tot. Ha, 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 ha. Oh Mann. Also manche Leute, die, die, weiß ich, die haben irgendwie zu viel geraucht oder so. Ein Zickzack. Was hat das mit Elektro zu tun? Pokémon nicht gewechselt. Eigentlich sollte ich das ja mal machen. Vielleicht was jemand rausgekommen. Kann ja nicht schaden. Wer ist jetzt die erste Generation, könnte ich wieder nicht angreifen. Da würde ich ja verfehlen. Verfehlen quasi. Mach doch mal zehnmal an, ganz ehrlich. Riss. Erstaunert. Keine... Hab so schon Dings verloren. Was soll's. Wow, wie viel das abzieht. Ich bin da direkt geflasht. Das bringt ja auch nicht so viel. Ah. Warum auch mit dem scheiß Sandwirbel, Alter, was? Der ist ja genauso schlimm wie mit dem anderen. Alter. Alter. Das ist unfassbar. Ging da ne... Na, wie der ist ja... Alter, ey, was soll... Nein, Leute, ich reg mich nicht auf. Nein, ich bin ganz ruhig. Bin ganz gelassen. Bin der gelassenste Mensch der Welt. Ich bin ganz ruhig. Wow, er hat mal Kopffluss eingesetzt. Ja, genau. Das ist direkt so. Donneblitz. Sollte eigentlich keine Wirkung haben, ne? Ach ja, ist ja auch vom Typ Wasser teilweise. Ah, ist auch blöd. Schluppu. Ähm, ja. Los, ich will. Oh, es ist egal nicht, dass es exakt so viele Attacken leer kann. Also, so wie... Oh. Ne, das jetzt nicht, aber... Aber... Ähm... Sagen wir schnell. Zum Beispiel Donnerblitz oder Surfer oder... Ne, Attacken, die man gar nicht von Gerard Dax, also von einem Zickzacks erwarten würde. So. Weiter geht's. Sehr effektiv. Oh, damit mache ich auch den Arenaleiter. Dann kletter ich die... Dann kletter ich die Arenaleiter hoch. Ahaha. Mist. Was soll es? Hätte ich kein machen dürfen. Ist das dein Ernst? Jetzt könnte ich nochmal... Ah, nee. Könnte ich gar... Könnte ich nicht. Ich liebe glitzernden und funkelnden Dinge. Naja. Das ist eine Eigenschaft von einer Frau. Auf jeden Fall. Ich hab unter Walter trainiert. Was? Unter Walter trainiert? Was? Unter seinen Namen, oder was? So einfach verliere ich nicht. Das werden wir erst mal sehen. Kolee. Ah, der macht die Beine zu. Das stinkt. Bah. Das mockt hier ganz ehrlich. Das ist unfassbar. Kämpfer... Käfermaniac Raphael und Gitarrist Reinhardt. Das hat ein Käfersammler im Dings zu tun. Im Elektro-Dings zu tun. Was geht? Ilo Miese und wird von Käfermaniac in den Kampf geschickt. Voltoball und der ist rein in den Kampf geschickt. Der muss die Einwechslung das geht nicht. Ich nehme mich stattdessen immer zu Bietes. äh ich meine Klekart. Tauschen! Zitra! Gewonnen Hittes. 21 Nusschmuss. 177 HP. Wolf Volgit. Kennt ihr die Band Fallbeat? Ich weiß woher die kommt. Hahaha. Also wenn die Band so aussieht, dann will ich mir Sorgen machen. Ganz ehrlich. Auf die aufzuladen. Kann ich eigentlich mein Handy laden, wenn ich das am Voltoball halte? einfach einfach. Geht das? Komm lade! Lade! Ach man geht nicht. Das ist ja blöd. So. Ähm. Joa. Machen wir mal so. So. Oh, hat überlebt. Müssen wir die Verteidigen sinken? Sonst. Aber nicht so viel gemacht. Komm fuß. Schnappel. Natürlich. Ne, ist ja unfassbar. Na komm. Alter. So, weg ist es. 124. 124. 124. Magnetil. Ähm. Ja, was mache ich da jetzt? Das wird nicht so viel bringen, aber hey. Versuch ist es wert. Das viel ist so weit weg. So. Krass zu mir. Nö. Alter, wie wenig das bringt. So ne fast. Donner bringt es bringt es nicht viel viel. Alter, ist das dein Ernst? nicht mehr zu mir. Ich bin nicht mehr verwirrt. Ja. Super. Tschüss, Magetilo. Wir sind in der Hölle. In der Hölle. nicht mehr. 162. 162. 162. Alter, jetzt muss ich schon wieder zurück. ich alter blödes tor die tor müsse weg die tür muss mich statt die mauer das wäre eigentlich da am besten ich weiß das gar nicht keine ahnung was da am besten wäre alter wie sieht er denn aus aber ich will es mal speichern bitte der gerät nicht ausschalten der gerät weißt du weißt du bescheid ich werde dann mal rosi enttäuschen und was so schlau ist weiß ich nicht naja ich habe gespeichert mal gucken wie es läuft drückte mir die daumen was machst du denn hier ist ja ein alter knacker muss ich anders sprechen was ist das du hast es geschafft alle meine schalter zu finden schul das ist wirklich amüsant dann ist es nun an mir den arenaleiter von maldruck die ich unter spannung zu setzen denn sei mal gespannt hihihi alter für meine für die flachwitze bin ich zuständig die mit einem machen mundstuhl das stinkt nimm mal mundwasser alter nimm mal mundwasser alter das hast du für eine fette zunge alter ganz ehrlich bei leite hihihi 20 Ich weh es ja nicht. Ist das sein Ernst? Es ist sein Ernst. Was passiert eigentlich? Ich weiß nicht, ob das irgendeiner jemals schon mal gehabt hat. Was passiert eigentlich, wenn jemand 6 Voltobälle und gegen einen kämpft? Und er macht immer mit Voltoball Finale. Und jedes Pokémon wird wegen Finale des Gegners besiegt. Ist er dann besiegt? Oder bin ich dann besiegt? Würde ich gerne mal wissen. Ich weiß nicht, ob das schon mal einer gehabt hat. Wer es weiß, kann mir das ja in die Kommentare schreiben. Und wie nehme ich da jetzt? Und ich nehme mich da jetzt. 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 Fritzelis. Kann er jetzt auch doch in den Schocken. Äh genau. Züßstrahl. Guck. Ich habe gewonnen. 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 Das ist schon mal super. 26. Das sieht doch schon mal super aus. Magneton. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Nö. 22. Ah, ist nicht hier viel tief. Ja, Alter, dann verwirr mich doch dem Vater, ey. Genau. Wieso wehen? Nein, das... Redung war ich. Ähm... Ach, hier. Ich habe... Zack. Kriege ich ja auch bald, ne? Die Attacke von ihm. Ah, ist nicht effektiv. Ah, ich muss wechseln. Ich muss wechseln. Den nehme ich denn da? Ich nehme gerade mal kurz. Oh, die bringt das ein bisschen näher. Ist man mal fertig? Was zieht immer so viel an? Das ist nicht gut. Ja, Alter, der greift doch zehnmal an, ey. Was soll denn das? Bist du behindert, oder was? Ja, Alter, der greift doch zehnmal an, ey. Was soll denn das? Bist du behindert, oder was? Das ist doch blöd. Das ist doch blöd. Ist das dein Ernst? Blödes Direktviel, ey. Ganz ehrlich. Das Wasser kann ich nicht nehmen. Der 22, ey. Ist doch behindert. Ja, Mann. Da wird ihm auch nichts, auch nicht viel zu entgegen... ent... 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 entgegenzusetzen haben hier. Ja, Alter, was geht? Was geht? So behindert. Ein bisschen etwas. Boah, Alter, was geht? Ich bräuchte ein Stein-Pokémon. Habe ich überhaupt noch eins? Ich weiß das gar nicht. Weil das werde ich hier verlieren. Auf jeden Fall. Weil ich habe hier echt nicht mehr viele, die was bringen könnten. Weil der 20, ganz ehrlich. Hier kommt nachher noch ein Pokémon. Kein vergessen. Kein vergessen. Ich habe ja gespeichert. Warte mal. Den resete ich mal kurz. Reset. So. Das bräuchte ich euch noch nicht mehr angucken. Bis gleich, Leute. Bis dann, Leute. 1